So, nächstes Rennen China. Auf geht's. So, was haben wir denn denn, Janice? Wegen brauchen wir gerade nichts von. Aber das gibt ja Kohle, ne? So, nächstes Rennen. Hey Boss, ich glaube, wir können unsere Zeiteinteilung besser organisieren. Wenn du dafür die Teamaktivitäten ändern willst, geh zum Aktivitätenbildschirm und du siehst, was alles zur Verfügung steht. So, na dann auf. So. 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 So, erstes freie Training und gucken wir mal, ob wir es jetzt haben. Irgendwas, was gerade wichtig ist. Na ja, Moment. Ich habe gerade richtig gesehen. Oh, Quali-Code. Quali-Regen. Okay, das ist okay. Na gut, auch jetzt. Ich habe mal erstes freie Training. Die sind mein wenigstens an der Strecke, die ich kenne. So, keine Änderung gab es nach dem letzten Update. Hoffentlich sehen wir es gleich kurz. Nein, sehen wir nicht. Okay. Setup habe ich. Und dann gehen wir mal raus, auf die Strecke. Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. So. Jetzt hoffe ich, dass ich euch alle Dings zeigen kann. Alle drei Trainings an kann. Das hat man ja letztes Mal nicht so. Ich hoffe, ich bin ein bisschen was erfolgreicher jetzt. Das haben wir in Ergebnissen her. Ich bin ein bisschen was. Ich bin ein bisschen was. So. Madame, let's go. Die Autos für die nächsten Sonnen sind schon fertig. Da sind schon Lackierung her, aber jetzt zeig ich euch, was da jetzt immer soweit ist. Wir werden wahrscheinlich ganz eh wieder am Ende mit dem Ende des Feldes duellieren. So. 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 Ich habe noch zwei Lapser-Fuel-Left. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tyre temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. So, I'll try one more. I'll try one more. I'll try one more. I'll try two laps. We're low on fuel. A box in the next two laps, please. Ich weiß, dass er nicht Okay. Box this lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Drops that show your target speed and distance to the limiter line. Ah, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Ah, reicht nicht um die Getafe zu nehmen. So, da ist es mit dem letzten Sektor nochmal. So, das war's mit dem ersten Training. Okay. Okay. Doch, geschafft, Platz 15. So, Platz 15, wie gesagt. Bin ich zufrieden mit. So, Platz 15, wie gesagt. 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 Jetzt gleich raus. So, Platz 15, wie gesagt. 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 So. So, Platz 15, wie gesagt. So, Platz 15, wie gesagt. So, Platz 15, wie gesagt. So,крiff. Okay. Wir gucken, was hier heute rauskommt. Wie wird das denn? Ja, ich bin ganz zufrieden. Dann bin ich mal relativ gut dabei. Guck, was es dann rauskommt am Ende. Na dann, auf geht's! Guck. Und jetzt geht's auf die zweite Runde. Okay. 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 So, jetzt geht's auf die lange Gerade. Dann gucken wir mal, was die Zeit gleich wert ist. 37, 4 sind wir eben gefahren. Gelb. Okay. Okay. Dann werden wir definitiv nicht rankommen an die Zeiten. 5,36. B2. Cool. Set fuel mix one if you want to save the engine for the race. Ah, die Zeit haben wir schon viel liegen lassen. Ja, eine Runde weiter da noch. aufs Не - ¯nergisch. führer ist marginal box within two laps wir müssen mit 14 ferrari ja So... Komm in diese Labe, bitte. Schau in diese Labe. So... Kann man jetzt das Ding durch? Hm. Hm. So... Was ist? Das 11. Na gut. So... 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 So, die nächsten drei Runden. Ja, da war das Thema Freitag schon durch. Morgen geht's im Lasten ins Qualifyen und am Sonntag auch das Rennen. Und dann hoffe ich, wenn wir ein bisschen untergeben sind, sind wir jetzt in beiden Rennen. Vielen Dank. So. 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 Mal gucken, was jetzt die erste Zwischenzeit gibt. So. 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 Letzte Runde Trainingsrunde. So. 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 You might want to run a lower fuel mixture whilst we're in practice. Da alles unterschiedliche Reifen fahren, sind die Trainings unbeteiligten Zwiewert. Das muss man mal schauen, was sich morgen ergibt. Und jetzt ist es regnet, es tut mir natürlich noch doppelt weh. Gucken, wie der Platz wieder so genau auszieht. Den haben wir zumindest schon mal hinter uns. Okay. 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 Und dann sehen wir uns morgen wieder um 14 Uhr.